Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wir haben im letzten Vortrag über die einleitenden Ayat gesprochen, die uns erklären, dass die Meccaner über die Tatsache, dass es ein Jenseits gibt, entweder gezweifelt haben oder es geleugnet haben. Und nun beginnt Allah subhanahu wa ta'ala in mehreren Ayat über seine Schöpfung zu sprechen. Und da möchte ich einleitend erst einmal erklären, der koranische Gottesbeweis, also die Belege für die Existenz Gottes im Koran, sind auf zweierlei Art aufzuteilen. Einmal der rationale Gottesbeweis, das bedeutet was? Also das eben alles eine Ursache haben muss, das weiß jeder. Und diese Ursachenkette muss einen Beginn haben. Allah azawajal sagt, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْئِنْ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Wurden sie denn aus dem Nichts erschaffen oder haben sie sich selbst erschaffen? Was ist die Antwort? Weder noch. Also weder wurden sie aus dem Nichts erschaffen, noch haben sie sich selbst erschaffen. Das heißt also, es gibt nur noch die Lösung, sie haben einen Schöpfer. Wurden sie aus dem Nichts erschaffen, das heißt, wurden sie ohne Ursache erschaffen. Also diese Ehrie deutet auf das Kausalitätsprinzip hin. Also Ursachenprinzip. Alles hat eine Ursache. Und dieses Prinzip ist im Menschen natürlich veranlagt, wie ich vorhin vielleicht gesagt habe, und zwar bei Säuglingen. Es gibt psychologische Forschungen und zwar das Verhalten, Verhaltensforscher untersuchen das Verhalten von Säuglingen. Also sofort nach der Geburt. Welche Erkenntnisse hat oder welches Wissen hat ein Säugling? Ein Säugling weiß, dass Muttermilch Nahrung ist. Wer hat das dem Säugling gesagt? Hat jemand dem Säugling ein Menü gegeben? Bitte schön hier, einmal dies, einmal jenes. Hat gesagt, weißt du was, ich nehme Muttermilch? Es gibt sogar Krankenhäuser, die legen das Säugling auf den Bauch der Mutter und das Säugling sucht dann eigenständig, ohne Hilfe, die Muttermilch. Wer hat dem Säugling gesagt, dass es überhaupt diese Nahrung gibt? Also man braucht das Säugling gar nicht anzusetzen. Man legt es auf den Bauch der Mutter und zack, sofort weiß es, da gibt es was, ich muss irgendwo hin, da gibt es Nahrung für mich. Also diese, das ist die natürliche Veranlagung. Also wie ich gesagt habe, das ist ein Betriebssystem im Menschen drin. Und wenn dieses Betriebssystem vorhanden ist, dann muss es einen Schöpfer geben. Natürlich gibt es Atheisten, die versuchen, das zu erklären mit genetischen Aspekten. Ja, mit genetischen, dass das vererbt wurde und so weiter und so fort. Aber es gibt viele Aspekte eines Säuglings, die darauf hinweisen, das kann nicht vererbt werden. Nicht nur bei Tieren, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Zum Beispiel das Phänomen der Zugvögel. Die Zugvögel haben ja immer ein und dieselbe Route. Jetzt gibt es, wenn es nur eine Route ist, also wenn die Zugvögel von A nach B gehen und dann die Generation wieder zurück, dann kann man sagen, okay, das ist genetisch. Jetzt gibt es aber eine Sorte von Vögel, ich glaube, das war in Südamerika, die Route geht über Generationen. Das heißt was? Das heißt, die eine Generation, die lebt jetzt, diese Vögel, geht von A nach B. Die sterben dann. So, dann kommen die Kinder von denen, die gehen von B nach C, sterben dann. Dann C nach D und so weiter, bis sie wieder bei A ankommen. Also hier geht es über mehrere Generationen, verschiedene Wege. Das kann nicht vererbt sein. Vererbt? Vererben kannst du den gleichen Weg vielleicht. Aber dass es verschiedene Wege gibt, das ist nicht möglich, dass das vererbbar ist. Auf jeden Fall ist es ein Riesenthema, unser Thema ist ja jetzt nicht die Gottesbeweise. Aber was ich damit sagen wollte ist, das Kausalitätsprinzip, alles hat eine Ursache, ist etwas, was schon jedes Baby kennt. Und deswegen gibt es eigentlich fast keinen, der das leugnet. Es gibt natürlich die Schule, die alles als ungewiss erklären, die Skeptiker. Aber das sind nicht so die Verbreiteten. Jeder weiß, selbst die Atheisten, es gibt eine Ursache. Nur die Frage ist, was war die erste Ursache? Das ist die Frage. Wir sagen, es ist Gott. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, am kholiqu min ghairi shei'in, am humul khaliqun, diese Eier, wurden sie aus dem Nichts erschaffen oder haben sie sich selbst erschaffen, und sich selbst erschaffen geht ja nicht. Warum? Man war ja vor der Existenz, weil man nicht anwesend ist. Und jemand, der nicht da ist, kann auch nichts machen. Also können sie sich nicht selbst erschaffen haben. Das ist also eine Methode im Koran, die Gottes Existenz zu beweisen. Die andere Methode, und das ist die, die hier angewendet wird, ist der Beweis aufgrund der Perfektion der Schöpfung. Der erste Beweis ist, es gibt Schöpfung. Also muss es einen Verursacher geben. Wir existieren, also muss es jemanden geben, der uns erschaffen hat. Der zweite Beweis, denn in der Philosophie wird der teleologischer Beweis, nicht theologisch, so ein teleologischer Beweis genannt. Also der Beweis aufgrund der Perfektion in der Schöpfung. Es gibt ein Beispiel von einem, der sagt, stell dir vor, du findest eine Uhr auf dem Boden. Und du siehst diese ganzen Zahnräder und so weiter und so fort. Du kannst daraus erkennen, dass diese Uhr von jemandem erschaffen wurde. Also hergestellt wurde. Keiner sagt, das ist Zufall. Also diese Perfektion in der Schöpfung, das zeigt, dass es einen Schöpfer geben kann. Zufall kann das nicht erschaffen. Diese Form von Beweis ist im Koran zuhauf. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt immer, also sehr, sehr oft seine Schöpfung. Ja, zum Beispiel sehen Sie denn nicht die Kamele, ja, afala yandhuruna ilal iwili kaifa khuliqat. Ein Kamel, das ist sowieso ein Phänomen. Ein Kamel, das ist ein Phänomen in Sachen Lüftungssysteme. Ja, Kälte, Klima, Technik. Also das ist ein Wunder. Ja, auf jeden Fall Allah azza wa jall sagt sich, betrachtet die Schöpfung, dann erkennt ihr, dass es einen Schöpfer gibt. Wie, warum? Weil alles perfekt ist. Alles ist perfekt. Es gibt die physikalischen Konstanten, es gibt physikalische Aspekte, die Anziehungskraft und so weiter und so fort. Zum Beispiel die Ausdehnung des Universums. Also das ist ein Riesenthema. Wie gesagt, das ist jetzt nicht Inschallah, vielleicht können wir irgendwann mal darüber mehr reden. Aber diese wissenschaftlichen Aspekte belegen allesamt, es muss einen Gott geben. Ansonsten könnte kein Leben existieren auf dieser Welt. Was sagt nun Allah haben wir nicht die Erde zu einer ebenen Fläche gemacht? Der Zusammenhang ist noch mal was. Sie leugnen, die Polytheisten, sie leugnen das Jenseits. Allah belegt jetzt, dass er in der Lage ist, die Menschen wieder zu beleben, wieder zu erschaffen, zu einem neuen, jenseitigen Leben hervortreten zu lassen. Allah erklärt also hier seine Macht und so beginnt Allah mit der Erde. Wie geht es dann weiter? Also haben wir dann nicht die Erde geebnet und die Berge zu Pfeilern gemacht und euch als Paare erschaffen. Also es geht zuerst um die Erde, dann um den Bewohner. Also erstmal geht es um die Wohnstätte und danach spricht Allah um den Bewohner dieser Städte. Was ist also das, was wir uns betrachten sollen? Dass die Erde existiert? Nein. Sondern dass die Erde geebnet ist. Was soll das heißen geebnet? Was heißt das geebnet? Ja? Ja? Dass man auf sich stehen kann, ja? Was wolltest du sagen? Dass man darauf laufen kann, ja? Sonst noch was? Bar dass man anpflanzen kann, dass man bauen kann. Stellen wir uns vor, der Planet Erde wäre voller Krater, so wie der Mond oder Mars hat auch Krater oder nicht? Auf jeden Fall Krater und Berge, Krater und Berge. Wo willst du denn leben, bitteschön? Und jetzt ist die Frage, zufällig von allen Sonnensystemen, die es gibt, ja? und allen Himmelskörper, die es gibt, zufällig ist mal die Erde perfekt zum Leben. Wenn wir also uns anschauen, dieser Planet wurde geebnet, reicht das, dass wir darauf leben können? Stell dir mal vor, der Mars wäre eben. Oder der Mond, der Mond wäre eben. Oder der Jupiter wäre eben. Schön, weißt du, du kannst schön deine Villa drauf machen, auf dem Jupiter. Oder auf dem Mars, guck mal was, eine schöne Fläche, kein Krater dort, zum Beispiel, keine Hügel, also das ist, soweit dein Auge reicht, kannst du dein Swimmingpool dort bauen. Reicht das, dass es geebnet ist? Natürlich nicht. Da müssen ja noch viele weitere Aspekte zufällig auch eintreten, dass du da leben kannst. Zum Beispiel was? Ja? Park Lovic? Ja, bitteschön. Das? Genau, das Wetter muss perfekt sein und wir wissen, die Erdachse, wie viel Grad ist das? Na, 23,5, du bist ja auch in der Schule, ne? Die Erdachse ist 23,5 und das bleibt auch so. Also, ich meine, das ist ständig so. Von mir aus ist es in der Zukunft irgendwann mal anders, ist ein anderes Thema. Aber das ist schon seit Jahrtausenden so. Es bleibt so, es ändert sich nicht. und das ist ein Beleg, dass es jemanden gibt, der es so beibehält. Also, wenn Allah uns sagt, schaut euch die Erde an, dass sie geebnet ist, heißt was? Schaut euch diesen Planeten Erde an, von allen Planeten, die es gibt, ist genau der geebnet. Warum? Ja, weil die anderen Verhältnisse auch stimmen. Die Geschwindigkeit und so weiter und so fort, die Entfernung von der Sonne und alles, alles, das ist ja das Problem, sobald es sich ein wenig ändern würde, gute Nacht. Sobald ein wenig sich ändern würde, würde kein Leben mehr möglich sein. Allah erwähnte diesen Aspekt, dass die Erde eben ist, an vielen Stellen im Koran. So sagt Allah der euch die Erde zu einem Teppich gemacht hat. Subhanallah. Ebenso sagt Allah und Allah hat euch die Erde zu einer ausgebreiteten Unterlage gemacht. Ibn Ashur sagt über diese Äye, also über die Äye in Surat al-Baqarah, das heißt, er hat es weder zu sehr steinig gemacht, sodass es die Haut schmerzt, aber auch nicht zu weich, sodass man darin versinkt, sondern dazwischen. also wenn wir uns die Erdschichten betrachten, dann sehen wir, dass die Erde einfach perfekt ist, um darauf leben zu können. Auf dem Mond ist es nicht so, auf dem Mars ist es nicht so, Jupiter erst recht und so weiter und so fort. Heißt das, es gibt kein anderes Leben irgendwo? Wissen wir nicht, ist auch nicht unser Thema. Thema ist, um uns herum ist der einzige Planet auf dem Leben möglich ist, Planet Erd. Ist das Zufall? Zufall, also um nochmal Zufall zu verdeutlichen. Wenn wir sagen, das ist alles zufällig und nur so zur Info, die Urknall Theorie, schon alle gehört, es gab einen Urknall, also es gab das Nichts und dann zack entstand was. Diese Theorie lieben die Physiker ganz und gar nicht. Warum? Ja? Warum? Weil aus Nichts nichts kommen kann, ja? 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 Weil das darauf hindeutet, dass dieses Universum einen Anfang hat. Das ist für einen Atheisten die grauenvollste Vorstellung, die es gibt. Stephen Hawking, der Physiker, der ist schon verstorben jetzt, dieses Jahr, letztes Jahr, Atheist, der sagte, das Problem ist, wenn wir sagen, das Universum hat einen Anfang, dann wird es theologisch. das geht nicht anders. Da hört die Physik auf und dann gehen wir wohin? Zum Religion. Es geht nicht anders. Es gibt keine andere Lösung, als dass du sagst, da gibt es jemanden, der hat es begonnen. Deswegen dachten die Physiker und hofften die ganze Zeit, dass das Universum ohne Anfang ist. Das war auch bei Albert Einstein der Fall. Und der sagte, die Tatsache, dass das Universum einen Anfang hat, beunruhigt ihn sehr. Warum? Weil das religiöse Folgen hat. Also, dass es einen Schöpfer geben muss, wenn es einen Anfang hat. Ohne Anfang, alles klar, brauchen wir keinen Schöpfer. Das war schon immer da. Es hat noch nie begonnen. Aber die Physik belegt, dass das Universum einen Anfang hat. Und dass das Universum einen Anfang hat, das ist jetzt so das Verbreiteste bei den Physikern. Ob Atheisten oder nicht. Ob Atheisten oder nicht. Auf jeden Fall. Das heißt, Allah sagt hier, haben wir denn nicht die Erde zu einer Ebenenfläche gemacht? Darauf, also er verweist hier, auf diesen Aspekt. Erde ist im Universum. Universum ist so gestaltet, dass die Erde eben, dass auf der Erde eben Leben existieren kann. Dazu gibt es auch noch viel anderes. Zum Beispiel, dass die Sonne immer noch so Wärme ausstrahlen kann, ist abhängig unter anderem von der Ausbreitung des Universums. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Was ich aber nur sagen will, diese Aspekte der Physik, liebe Geschwister, belegen, dass es Gott geben muss, geht nicht anders. Es muss Gott geben. Also, wo waren wir stehen geblieben? Es ist eine gewaltige Gabe, sodass der Mensch auf der Erde ohne Mühe leben kann. Allah sagte auch, er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher und esst von dem, womit er euch versorgt. Und zu ihm wird die Auferstehung sein. Diese Gabe führt dazu, dass der Mensch darauf, wie gesagt, Häuser bauen kann, dass er es anbauen kann, Pflanzen, dass er sich fortbewegen kann. Das alles ist die Auswirkung, dass die Erde eben ist. Und Allah sagt, auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugte. Das heißt, wenn wir auf der Erde gehen, wenn wir uns die Erde betrachten, dann zeigt das, das sind alles Zeichen für was, dass Allah existiert, dass Allah die Anbetung verdient, wenn er Gott ist, und er ist Gott, dann ist er der Einzige, der die Anbetung verdient hat. Er hat uns so viele Gaben gegeben, dass wir ihm danken sollen. Und deswegen bedankt sich der Muslim am Tag fünfmal bei Allah anhand der fünf Gebete. Alhamdulillahi, was? Rabbil Alami, Herr der Welten. Was heißt Herr? Also Schöpfer der Welten, Besitzer der Welten, Verwalter. Also Rabb ist der Schöpfer, der Besitzer und Verwalter. Und Allah Azzajal subhanahu ta'ala redet hier darüber, dass er Herr der Welten ist. Welche Welten? Die Welt der Menschen, Welt der Pflanzen, Welt des Kosmos, Welt der Jinn, Welt der Engel. Es sind mehrere Welten. Also jedes Geschöpf ist ja eine Welt für sich. Allah subhanahu ta'ala ist Herr über alle, also Schöpfer, Besitzer und Verwalter von allen. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die überzeugt. Also liebe Geschwister, wenn wir uns die Schöpfung anschauen, wenn wir uns die Erde anschauen, dann wissen wir, Allah ist allmächtig. Dieser Allmächtige subhanahu ta'ala, warum sollte er nicht in der Lage sein, die Menschen noch einmal zu erschaffen? Das heißt, Allah widerlegt hier die Politisten, die sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie glauben ja an Allah, haben wir gesagt, die Politisten, sind ja Götzendiener, sie glauben an Gott, aber sie verehren neben ihm weitere Götter. Wenn sie jetzt sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod, dann bezichtigen sie Allah was? Dass er nicht allmächtig ist. Also kommt die Antwort, schaut euch die Erde an, sieht die aus, als ob Allah nicht allmächtig wäre, diese Erde, oder zeigt die Erde, dass Allah allmächtig ist, subhanahu wa ta'ala. Allmächtig in der Erschaffung der Erde, allmächtig in der Beibehaltung der Erde so wie sie ist, dass sie eben lebensfähig ist, dass man darauf leben kann, das deutet auf was? Das deutet auf die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen gilt die Regel, und in jedem Geschöpf erkennst du, dass Allah existiert. Nicht in jedem Geschöpf ist Allah drin, hasha, haben ist er darüber, sondern in jedem Geschöpf erkennst du, dass Allah existiert und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist. Dann geht es weiter in der nächsten Ayah, wal jibala awtada und die Berge zu pfählen. Ein Pfahl, wisst ihr, dieses Ding da beim Zelt, diese Schrauben oder wie man das auch nennt, dass das Zelt auch hält. Was ist jetzt der Zusammenhang? Warum erwähnt Allah die Erde und dann die Berg? Gibt ja noch andere Sachen auf der Welt. Die Erde dient als Befestigung, genau. Was noch? Ja, also man hat herausgefunden, wie du gesagt hast, dass die Berge nicht nur auf der Erdkruste sind, sondern tief verankert sind. Genau, Pfeiler. Genau. Genau, Barakallahu Fik. Es ging ja gerade um was? Die Erde ist flach. Aber nicht, dass man denkt, es ist permanent flach. Nein, nein. Es gibt auch Höhen. Und das ist auch wichtig, wie wir gleich sehen werden. die Welt der Berge ist etwas grandioses und etwas lebensnotwendiges. Hier sehen wir, liebe Geschwister, wie der Koran uns dazu führt, die Natur zu erkunden. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die größten Wissenschaftler Muslime waren, als man den Islam gelebt hat. Als der Islam auch gelebt wurde. Da war die Forschung, wer waren die Vorreiter der Forschung? Das waren die Muslime. Vielleicht kennt ihr, in Frankfurt gibt es dieses Museum von türkischen, er ist verstorben, der Wissenschaftler, die islamischen Erfindungen, da gibt es auch virtuell zu sehen. Ich habe jetzt vergessen, wie das Institut heißt, für islamische Forschung oder so etwas ähnliches, könnt ihr googeln. Auf jeden Fall, was die Muslime herausgefunden haben, ob in Medizin, ob in Chemie, ob in Physik, egal was für ein Fach, waren Muslime Vorreiter. Warum? Weil sie den Koran gelesen haben. Weil der Koran immer über die Natur redet, über die Sonne, über den Mond, bitte schön. Natürlich, natürlich, die erkennen das an, dass die Muslime Vorreiter waren, das ist allgemein bekannt. Natürlich, das ist bekannt, dass die zum Beispiel die Ersten waren, die das erfunden haben, zum Beispiel die Kamera hier. das Wort Kamera kommt von dem Wort Kumra. Kumra ist was? Ist eben ein Loch in der Wand, zum Beispiel, was eben von allen Seiten geschlossen ist, nur von einer Seite. Und tatsächlich waren es die Muslime, die zuerst diese Aspekte erfunden haben, dass man dieses Bild oder dieses Licht eben bündelt und so weiter und so fort. Wie gesagt, das gehört zur Goethe-Uni, wenn ich mich recht entsinne. Die Goethe-Universität, da ist ein Institut und dort kannst du dir diese Sachen anschauen, verschiedene Rubriken der Wissenschaften. Es gibt sogar ein Buch, Sekunde, wenn ihr erlaubt, in Englisch, ich habe das mal genau, 1001 was? Erfindungen oder so, ne? Genau. Genau, also Invent, 1001 Inventions, Muslim, was ist das? Auch auf Deutsch? Heritage, Our World, oder so etwas Ähnliches. Auf jeden Fall, warum waren die Muslime Vorreiter? Weil Allah, Jalla wa'ala, im Koran so oft über diese Naturphänomene spricht, über die Nacht, über den Tag, über die Sonne, über den Mond, Suratu Al- Suratu An-Naml, Afrin, Suratun Nahl, die Bienen, wird Suratun Ni'am genannt. In dieser Surah erwähnt Allah, Azzawajal, unzählige Sachen, Gaben, die Allah, subhanahu wa ta'ala, gegeben hat. Das sind alles Beweise für die Existenz Gottes. Zum Beispiel, wenn wir bei der Biene bleiben, ja, wer hat der Biene gesagt, dass sie eben dies, also heraus schwirrt und diese Pflanzen sucht und ihr habt ja bestimmt in Bio gelernt, diesen Bienentanz, nicht wahr? Dieses GPS bei den Bienen, ja, dass die dann, je nachdem, wie die tanzt, zeigt die denen, da geht es zur Weide, XY in den Wald, erst rechts, dann links, achtet auf die Menschen, die dort sind, ja, das heißt, und Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt es, und er hat in der Biene eingegeben, Auha, er hat ihr eingegeben, also, sie eben natürlich veranlagt. Kommen wir zu den Bergen. Der Zusammenhang ist, dass die zahlreichen Berge aus der Erde herausragen, also, dann könnte man denken, dass die Erde nicht für das Leben geeignet ist, aber deswegen sagt er erst mal, diese Erde ist geebenet, auch wenn es Berge da gibt. Also, zuerst hat er erklärt, sie ist geebenet, aber es gibt Berge. Ibn Ashur sagt, da die zahlreichen Berge aus der Erde herausragen, könnte manch einer denken, dass die Erde deswegen nicht für das Leben darauf geeignet ist. Daher verglich Allah die Berge mit Pfeilern, als ob er den Einwand erwidert. Welchen Einwand? Warum geht es Berge? Du hast doch gesagt, die Erde ist eben. Warum geht es Berge dann? Ibn Ashur, rahimahullah, sagt, diese Erde ist also die Antwort auf diesen möglichen Einwand, damit du verstehst, diese Berge haben einen Sinn. Sie sind Pfeiler, aber nicht nur. Diese Erde gehört zu den naturwissenschaftlichen Wundern des Korans oder Herausforderungen des Korans, also Al-Ijaz, Al-Ilmi. Hier noch einmal eine Anmerkung, Al-Ijaz, Al-Ilmi, also die naturwissenschaftlichen Wunder im Koran müssen immer mit Vorsicht genossen werden. Warum? Weil Forschung kann sich entwickeln. Also wir können nicht einfach sagen, zum Beispiel, ja, Urknall steht im Koran. Ja, und es gab Rauch und so weiter und so fort und die Himmel haben wir dann getrennt, steht im Koran, also das ist der Urknall. Was ist, wenn nächstes Jahr kommt, Urknall gibt es gar nicht? Ist die Erde dann falsch? Deswegen immer mit Vorsicht genießen. Al-Quran ist kein Chemiebuch und kein Physikbuch und kein Geschichtsbuch. Es mag sein, es mag sein, dass im Koran Sachen stehen, die tatsächlich in der Naturwissenschaft herausgefunden wurden. Das mag sein. Aber immer mit Vorsicht genießen, weil einige übertreiben es dann. Einige übertreiben es dann. Indem sie sagen, ja, guck mal, es gibt ein mathematisches Wunder im Koran und Logarithmus, Tangenswurzel von und das ist die Eier, X, Y, man kann es auch übertreiben. Also man muss das immer mit Vorsicht genießen. Al-Quran müssen wir wie nochmal verstehen, so wie die Sahabe ihn verstanden haben. Und nicht nach dem chemischen Periodensystem. Das heißt also, Al-Quran ist kein Chemiebuch. Aber es mag sein, dass im Koran Sachen stehen, die tatsächlich in der Wissenschaft entdeckt wurden. zum Beispiel das Spektrum der Farben, je tiefer du im Meer bist, umso weniger Farben kann man erkennen. Allah Azzawajal sagt ja, Dunkelheit über Dunkelheit wegen dem Meer. Und was soll das heißen? Dunkelheit über Dunkelheit. Das wissen wir heute. Also immer weniger Farbe. Das ist das Farbenspektrum. Ja, und so weiter. Und je tiefer du im Meer bist, umso weniger Farben kannst du erkennen, bis es stockdunkel ist. So, schön, herrlich. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir alles gemäß dieser Aspekte verstehen müssen. Zum Beispiel in der Aya und zwar derjenige Also derjenige, der die Rechtsleitung nicht nimmt, der nicht rechtgeleitet wird, ist wie wer, wie jemand, der empor steigt und dessen Brust eingeengt wird. Jetzt sagen die, bitteschön, der Koran erklärt uns, dass in die Astronauten, wenn sie hochgehen, dass es immer enger wird, die Brust. Das stimmt auch. Aber die Menschen sind auch früher auf die Berge gegangen und das passiert dann auch. Also du musst jetzt nicht erst auf den Mond, damit das passiert. Du kannst auch auf einen hohen Berg und kriegst auch dann engere Brust. Also müssen wir das immer mit Vorsicht genießen. Barakallahu fikum. Was war jetzt also die naturwissenschaftliche Wunder? Eben dieser Aspekt, dass ein Berg nicht nur von oben ragt, sondern auch unten. Dass also es tatsächliche Pfeiler sind. Berge haben aber noch weitere Nutzen. Welche denn? Und das, was wir jetzt machen, ist eine Ibadah, die nennt sich Tafakkur. Also das Überlegen über die Geschöpfe. Das ist eine gewaltige Ibadah. Bitteschön. Genau. Berge beinhalten viele Rohstoffe. Berge sind wie Tresoren und Kammern für die Rohstoffe. Was noch? Barakallahu fikum. Berge sind Wasserspeicher. Was noch? Ja. Genau. Also die sorgen dafür, dass es einigermaßen stabil bleibt. Wegen der Plattentektonik. Was noch? Beim Wetter haben sie einen Rieseneinfluss. Die Wolken, wenn sie kommen, damit es auch regnet. Das heißt, Allah hat uns diese Speicher gegeben. Berge sind Speicher für Wasser, für Bodenschätze, sodass wir auf der Erde leben können. Verteilen mal diese Speicher auf der ganzen Welt, du findest keinen Platz mehr zum Leben. Diese ganzen Wassermassen, Flüsse, wo entspringen Flüsse? Erdkundeunterricht, bis man das mal gecheckt hat, wo Wasser, wo Flüsse entspringen und wo sie münden. Wo entspringt ein Fluss und wo mündet er? Aus den Bergen. Und wo mündet er? Ins Meer. Und das permanent. Permanent. Wie viel Wasser das ist? Ein paar Grad Erwärmung der Erde und die Eisschollen da an der Antarktis schmelzen und zack gibt es Überflutung. Stell dir mal vor, wir hätten nicht diese Wasserspeicher Berge. Das heißt, Allah hat uns die Berge erschaffen, damit wir Lager haben in unserer Nähe für gesundes Wasser, schönes Wasser. Also Quellwasser aus den Bergen ist ja herrlich, oder nicht? In Marokko gibt es diese Wasserfälle, wie heißt Akshor, Kennt ihr das? Akshor? Wunderschön. Wunderschön, Masha'Allah. Also Meer, also das ist, also ein Fluss, oder so, er springt aus dem Berg und geht dann so wie stufenweise, ja, da kann man schwimmen, süß, also als ob da Zucker wäre, subhanallah l'arribi. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte also diese Berge, wie gewaltig sie sind, wie viele Funktionen sie haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, und auf ihr festgegründet, hoch aufragende Berge gemacht, also und er hat auf ihr festgegründete, hoch aufragende Berge gemacht und euch frisches Wasser zu trinken gegeben. Also in dieser Erja erklärt er, dass die Berge da sind und warum sie da sind, damit ihr frisches Wasser bekommt. Ma'an furata Frisches Wasser. Ebenso befinden sich in den Bergen zahlreiche Bodenschätze. und daher haben sie verschiedene Farben. Ist ja klar, also die Erde hier glaube ich ist ein bisschen rötlicher, kann das sein? Oder nicht? Habt ihr das nicht gemerkt? Also ich kann mich noch entsinnen in Kaiserslautern, ist die Erde rot. Wegen was? Was ist rot? Eisengehalt, mehr Eisengehalt. Deswegen ist der Boden hat eine andere Farbe. Allah sagt, und von den Bergen gibt es Schichten, weiße und rote, von unterschiedlichen Farben und Rabenschwarze. Deutet auf was hin? Natürlich ist es schön, aber auf was deutet das hin? Genau, auf die Erze, auf die Bodenschätze, die es gibt. Das heißt, diese Farben, also Bodenschätze in diesen Bergen sind. Also, was findet man alles? Jetzt ein bisschen, was ist das für ein Fach? Immer noch Erdkunde, Geologie, ne? Bitteschön. In den Bergen, was finden wir? An Bodenschätzen? Kohle, Eisen, Smaragde, was noch? Gold, Mineralien, Rubin, ja? Genau, Salze gibt es auch. Schwefel. In Berg, Petrol. Weiß ich gar nicht, aber ich dachte, immer unter der Erde, oder? Ja, Wallahu alam, genau. Und so weiter, Marmor. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, schaut euch, wie gütig Allah ist, subhanahu wa ta'ala, und wie mächtig Allah ist. Und noch einmal, wenn wir das als Gottesbeweis uns betrachten, wie präzise Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Wie soll denn das aus Zufall entstanden sein? Wie soll das funktionieren? Zufall bringt nur Unordnung. und keine Ordnung. Da gab es ja dieses Beispiel, und zwar, stell dir vor, du hast Würfel mit Buchstaben, kennt ihr die noch? Würfel, wo Buchstaben sind. Ich punkte. So, jetzt hast du tausend Würfel, und du schmeißt sie auf die Erde, oder auf den Tisch. Kann es sein, wenn das zufällige Wort entsteht? Welches zum Beispiel? Zum Beispiel. Boden. Ja, kann ja sein, oder? Du hast tausend Würfel, und Würfel, so, du brauchst ja nicht mal tausend, kann ja schon hundert sein. Du würfelst so, und zack, so, und dann kommt ein Wort. Mama. Kann das sein, oder nicht? Kann sein. Sehr schön. Jetzt nimmst du zehntausend Würfel, so viele musst du gar nicht nehmen, aber gehen wir davon aus, und du schmeißt sie auf den Boden. Kann es sein, dass ein Satz entsteht? Zufällig. Zum Beispiel was? Mama ist Alhamdulillah, ja Rabbi, möge Allah unsere Mamas segnen. Ja Rabbi, Mama ist da, Alhamdulillah. Also, wenn das zufällig dann gekommen ist, das ist dann eine Botschaft. Mama ist da. Lüge Allah unsere Mütter und unsere Väter segnen. Jetzt nehmen wir hunderttausend Würfel. Kann es sein, dass zufällig ein Gedicht entsteht? Goethe's Faust. Shakespeare. Der Atheist würde sagen, ja, aber mit einer Voraussetzung würde er es sagen. Du musst es nur unendlich mal wiederholen. Und nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal, selbst der Atheist wird sagen, das erste Mal trifft es ein. Das ist, also die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, solange existiert das Universum gar nicht. Also diese Wahrscheinlichkeit, die dann herauskommt, die mathematische, solange existiert das Universum nicht, damit du diese, dieses Ergebnis erfüllen kannst. Aber tatsächlich gibt es Atheisten, es gibt ja das klassische Beispiel, wenn du Affen tippen lässt, ja, musst du nur lang genug tippen lassen. dann sind sie schon lange tot. Bis die mal ein Gedicht getippt haben. Was ich damit sagen will, ist, dass Zufall keine Ordnung bringen kann. Und Abu Hanifa, rahimahullah, da gab es ja auch dieses Beispiel, er sprach mit einigen, die, mit einigen Atheisten, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall, er sagt, Sekunde mal, bevor wir darüber reden, da gab es so ein Schiff, ja, das läuft alleine. Also jetzt bitte nicht mit heutiger KI und so weiter, ja, künstliche Intelligenz, ja, in seiner Zeit, ja, läuft alleine, hat sich beladen, ganz alleine die Kisten, ganz alleine nach, auf das Schiff, und dann in den nächsten Hafen, ganz alleine wieder runter. Kann das sein? Ja, das ist unmöglich. Unmöglich sowas. Dann sagt er, und diese, diese Sonne, und dieser Mond, und diese Geschöpfe, wie kann es sein, dass das zufällig, so passend entstanden ist, ist ebenfalls unmöglich. Ebenso sind die Berge für das Wetter wichtig. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, erschaffen, und auf der Erde festgegründete Berge gesetzt, dass sie nicht mit euch wanke, also die Erde, und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lassen, und wir lassen Wasser vom Himmel herabkommen, und dann viele edle Arten auf ihr wachsen. Also schaut euch hier den Zusammenhang an, zwischen Berge und Wasser. Wir dürfen nie den Koran so lesen, ja, das steht jetzt mal einfach so, es hat immer einen Sinn. Warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Berge, und dann das Wasser? Ja, weil Berge was mit Wasser zu tun haben. Mit dem Wetter nun. Eben, dass die Wolken dann da hinkommen, und das ist auch ein Schutz, das ist wie so ein Damm, ja, also ein Schutz für uns, ansonsten wäre es ja noch schlimmer, in Sachen Überflutungen und so weiter, und so fort. Sie sind also sogenannte, das sagt man heute, sie sind sogenannte Wolkenfänger, ja, damit die Wolken eben ihr Regen ablassen, und damit sie abregnen können, oder eben Schnee entsteht. Ein weiterer Nutzen der Berge sind was? Ihre Höhlen. Allah sagt, und er hat euch in den Bergen Deckung gegeben. Das heißt, die Menschen haben früher Schutz gefunden in den Höhlen, haben sogar gelebt in den Höhlen. diese Berge, liebe Geschwister, sind aber keine Gegenstände im Sinn von, dass sie kein Leben haben. Sie sind jetzt keine biologischen Lebewesen, ja, also, aber, sie dienen auch Allah, subhanahu wa ta'ala. Berge dienen Allah, jalla jalaluhu. So sagt Allah, azzawajal, wir machten ja die Berge dienstbar, dass sie mit ihm zusammen abends und bei Sonnenaufgang preisen. inna sakharna aljibala ma'ahu, yusabbihna bil'ashiyyi wal'ishraq. Werden? Wem hat er die Berge dienstbar gemacht? Dawud alayhis salam. Dawud alayhis salam. Das heißt, sie haben mit ihm abends und bei Sonnenaufgang Allah gepriesen. Jetzt kommen natürlich die Leute und sagen, das ist der Esho. Ihr wisst, was ein Esho ist. Oder dieser Hall. Hallo, 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 hallo. Jetzt sagen die, das, was hier gemeint ist, ist jetzt nicht, dass die Berge preisen, sondern es gemeint, Dawud hat geredet und die, das war Esho. Wenn das so wäre, was für einen Vorzug hat dann Dawud, alayhis salam. Da kann ja jeder kommen und hallo sagen und hallo, hallo. Das soll doch jetzt eine Besonderheit von Dawud alayhis salam sein, oder nicht? Eine Auszeichnung, dass Dawud alayhis salam eben dies erhalten hat. Also ein Esho, jeder Mensch. Das heißt also, das Problem, liebe Geschwister, es gibt halt Leute, die wollen alles relativieren. ja, so wie bei Musa und Pharaon, dass sie dann sagen, das war keine Teilung des Meeres, es war einfach Ebbe und Flut, Punkt, Aus, Ende, Schluss. Ja, da war Ebbe, da ist Musa übers Meer, dann kam Flut und Pharaon ist gestorben. Pharaon hat natürlich noch nie was von Ebbe und Flut gehört. und keiner von seinen Kommandeuren in der Riesenarmee hat ihm gesagt, Pharaon, hallo, it's time für die Flut, da darfst du nicht durch. Jeder Mensch, der am Meer lebt, kennt diese Sache, oder nicht? Also manchmal kommen die Leute wirklich mit Einwänden, wo du denkst, hallo, das ist doch keine, wenn das Ebbe und Flut wäre, dann würde doch ein Pharaon samt seiner Armee, gut, er kann vielleicht so ganz benommen gewesen sein, dass er nicht gemerkt hat, aber er hat eine Armee bei sich gehabt. Irgendeiner wird ihm doch den Rat gegeben haben, warte doch ab, die nächste Ebbe kommt und dann kannst du ihn immer noch hinterher jagen. Aber tatsächlich war das kein Ebbe und Flut, sondern das Meer hat sich aufgeteilt, deswegen gingen sie ja allesamt rein, weil sie, das war ein Wunder und zack, als sie alle drin waren, ist das Meer wieder zusammengeflossen. Also, die Berge preisen Allah subhanahu wa ta'ala und abschließend, Berge haben Gefühle. Das lernst du bei keinem Geologie-Professor, außer wenn er Muslim ist. Was ist der Beleg dafür, dass Berge Gefühle haben? Ja? Sehr schön. Der Bruder sagt, als Musa Allah sehen wollte, sagte Allah, schau dir diesen Berg an und wenn er bestehen bleibt, wenn ich mich ihm zeige, dann wirst du mich sehen. Und als Allah Azza wa Jalla sich ihm gezeigt hat, ist er zusammengebrochen, dieser Berg. Okay? Aber das ist ja kein Gefühl. Oder du meinst aus Demut? Okay, ja? Bitte? Sehr schön. Auf Deutsch ungefähr, weißt du? Kur'an ala Jabalin Khashihah. Sehr schön. Wenn wir diesen Kur'an auf einen Berg herabgesandt hätten, dann hättest du gesehen, wie demütig er ist. Sehr schön. Aber das wäre, gut, das ist ein Beleg auf jeden Fall, ja? Aber ich meine, ein Gefühl, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es mehr erklären soll, ja? Hm. Auf welchem Berg waren die? Ja, wie genau? Uhud. Und was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ja? Nee, nee, ja, das war auch, aber ein anderer Satz. Ja gut, aber was für ein Gefühl hat er dann gesagt wegen diesem Berg? Salaam Alaikum, Salaam Alaikum, Salaam Alaikum. 00. Bess d-dقيقة, Dusseleeks, Säidu. Able dem Barakallahufiekum, istahelma, ahla, maulana, zayka. Vielen Dank. Alhamdulillah, Salaam Alaikum. Alhamdulillah, Barakallahufiekum, Allah istahelma, alhamdulillah, barakallahu. Ah, okay. Kannst du mal... Genau. Barakallahu fikk, sag Allah einen. Genau. Und zwar sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dies ist Uhud, es ist ein Berg, der uns liebt und den wir lieben. Also dieser Berg liebt Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Und das belegt, dass Berge eben Gefühle haben. Und das führt dazu, dass wir wissen, wir sind nicht die einzigen, die Allah anbeten. Die ganze Natur lebt Allah an. Allah azzawajal sagt, und alles preist Allah subhanahu wa ta'ala, nur ihr könnt ihr Preisen nicht nachvollziehen. Damit sind wir auch am Ende dieses Vortrags für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen über den Koran geben. Möge Allah azzawajal uns erlauben, dieses Wissen umzusetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Koran für uns als Zeugen aussagen lassen. Yenem Qiyamah. Und sallallahu wa sallim wa barikha ala nabiyna Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa al-salamu alaykum wa rahmatu Allahi.